Wo bin ich, wenn ich nicht in der Wirklichkeit bin und auch nicht in meiner Fantasie? Ich treffe eine neue Abmachung mit der Welt, dass die Sonne nachts scheine und dass im August Schnee fällt. Die großen Dinge werden aufhören und die kleinen Dinge werden überdauern. Die Gesellschaft muss wieder zu einer Einheit werden und darf nicht mehr so zersplittert sein. Man braucht nur die Natur zu beobachten, um zu verstehen, dass das Leben doch ganz einfach ist. Und dass man zurückgehen muss bis zu jenem Punkt, jenem gewissen Punkt, an dem ihr damals den falschen Weg eingeschlagen habt. Wir müssen zurückkehren zu den wichtigsten Prinzipien des Lebens, ohne das Wasser zu verschmutzen. Was ist das für eine Art von Welt, dass ein Verrückter euch sagen muss, euch gesunden, dass ihr euch schämen müsst? Und jetzt die Musik.